Der nächste Tag. Dienstbeginn 17 Uhr. Früher steht der Gegner auch nicht auf. Bei Autoposern ist der Weg das Ziel und die City ihr Laufsteg. Die Schicht beginnt für die Beamten mit einer Überraschung, beziehungsweise mit einem alten Bekannten. Im dichten Verkehr haben sie den Herrn mit dem Nabelbruch und der illegalen Soundanlage entdeckt. Rechts stand jetzt wieder der X5, X6, den wir gestern angehalten haben mit dem Soundgenerator. Da wollen wir jetzt mal gucken, ob der inzwischen ausgebaut ist, weil dem haben wir ja gesagt, dass nur noch Fahrten zulässig sind, die mit der Wiedererlangung der Betriebserlaubnis im Zusammenhang stehen. Und jetzt Samstagsabends hier wieder durch Frankfurt fahren. Schauen wir mal. Doch um zu schauen, müssen sie den Mann, der eigentlich gar nicht mehr fahren dürfte, erstmal zu fassen bekommen. Herzrechte Spur. Ja, ist er. Ein paar Runden müssen sie noch drehen, bevor die Verfolgungsfahrt zu Ende ist. In den Hauptrollen von täglich grüßt das Soundsystem auch heute wieder zwei engagierte Ordnungshüter und ein uneinsichtiger BMW-Fahrer mit Erinnerungslücken. Das Ding ist ja immer noch drin. Solange das immer noch da drin ist und die andere Geschichte mit den Felgen nicht nachgewiesen ist, dürfen sie nur noch zur Werkstatt, zum TÜV und zur Zulassungsstelle fahren. Ach so. Und nicht mehr hier Spaßfahrten in der Stadt. Okay. Hörst du das? Ja, ich hab's eben gehört. Ist das nicht laut? Ja. Egal wie. Haben wir ja gestern schon mal gehabt, das Thema. Ja, deswegen ist das... Also, nach Hause. Okay. Auf dem direkten Wege. Okay. Und dann das Ding ausbauen und uns einen Nachweis für die Felgen und die Distanzscheine geben. Okay. Und vorher nicht mehr rumfahren, bevor das nicht erledigt ist. Okay? Ich hab nichts... Sollten wir sie dann nochmal antreffen, dann sind die Kennzeichen weg. Ja? Okay. Haben Sie soweit verstanden jetzt? Hab ich verstanden. Gut. Also, wie gesagt, direkter Weg, ne? Ja. Aber haben Sie auch nicht so ernst genommen, was die Polizei gestern gesagt hat? Nein, weil... Sehen Sie, ich hab keine lauten Dings. Das ist kein Extrem. Ich hab keine Ahnung, warum achten wir auf solche Sachen. Aber trotzdem, ich mach irgendwas selber zu sagen. Für die Anwohner der Innenstadt ist der Motorenlärm ein echtes Ärgernis. Für die Poser reine Musik. Hilfreich bei geringem Selbstwertgefühl. Das ist auf jeden Fall eine Klientel, die sich gerne nach außen hin darstellt. Sei es durch ihr Fahrzeug, auf das sie mit Sicherheit meistens stolz sind. Dann auch viele teure, hochwertige Autos durch die Gegend. Aber viele brauchen scheinbar auch diese Aufmerksamkeit. Haben es ja auch häufig, dass mit irgendwelchen gemieteten Fahrzeugen oder sowas gepost wird. Dann kann man ja schlecht stolz auf das Fahrzeug eigentlich sein. Aber dann erregen sie halt gerne Aufsehen durchs Fahrverhalten, durch Motor aufheulen lassen, irgendwo uns irgendeinen Runden beschleunigen und fühlen sich dann scheinbar bestätigt. Inzwischen ist es später Abend geworden. Die Kontrolleeinheit arbeitet zumeist in 12-Stunden-Schichten. Mindestens sechs Stunden verbringen sie davon auf der Straße. Immer auf der Suche nach dem nächsten Störer. Aber irgendeiner klingt hier sehr komisch. Das ist der Benz. Ja. Ja, stimmt. Das ist jetzt wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Soundgenerator. Ja. Das ist einfach, so klingt halt einfach kein echter V8-Motor. Was soll man hier gerade anhalten? Mhm. Ach, guck mal, wie leise er plötzlich ist. Geil. Das ist ja schon. Gut, steigen Sie mal bitte aus. Öffnen wir den Kofferraum. Der junge Mann weiß sofort, wo das Problem liegt. Und jedenfalls so ungefähr. Oha. Okay, ich frage ich. Entschuldige. Ja, kein Thema. Ist das eine Reserveradmulde? Ja. Okay, dann muss ich sie leider bitten, um mal kurz freizumachen. Nein, und dann braucht ihr das auch bei der Wurst nur um? Gut, also Soundgeneratoren sind nicht zulässig. Ich nehme an, dass sie das schon geahnt haben. Kommt eine Ordnungswidrigkeit von auf sie zu, von 90 Euro. Und wie gesagt, keine Angaben jetzt bei uns zu machen. Das dürfen Sie wieder einräumen? Ja, genau. Das neueste Mercedes-CLS-Modell ist laut TÜV ein Auto mit hoher Umweltverträglichkeit. Ich sag mal, das Auto an sich sieht ja auch schön aus und so muss ja alles passen. Und da muss auch der Sound stimmen, für Sie? Das muss ja erst mal sein. Deswegen kauft man sich ja auch so ein Auto. Und das wussten Sie immer bei diesem Soundgenerator? Ja, das würde komplett so ungebaut. Okay. Für Sie so ungebaut? Ja. Aber das ist verboten, ne? Wissen Sie? Hm? Das ist aber scheinbar nicht zugelassen. Kann ich jetzt hier an der Stelle nicht sagen. Weiß ich nicht genau. Es gibt verschiedene, die nicht zulässig sind oder zulässig sind. Was kostet so ein Wagen? 110.000. Wie können Sie sich das leisten? Was machen Sie? Ich bin Staubsaugervertreter. Dann hätt ich gern noch ein Autogramm. Testen wir ganz gut so mal. Ja. Post gibt's dann von der Buskaltstelle in den nächsten Tagen. Bitte jetzt auslassen. Wir sind eine Einheit, die gegründet worden ist, um ein bisschen gegen den Lärm in der Stadt anzukämpfen. Ihr Fahrzeug ist extrem laut mit dem Soundgenerator. Dann jetzt bitte leise weiter. Okay? Schönen Abend noch. Alles gut. Ciao. Ciao. Im letzten Jahr wurden in Frankfurt fast 350 Fahrer für das Verursachen unnötigen Lärms zur Rechenschaft gezogen und zur Beseitigung der Mängel verdonnert. Darunter sind auch Zweiradfahrer. Boah, ist durchgedreht, hast du gesehen. Das ist doch zu laut. Alter. Machen Sie mal rechts drauf, bitte. Wir halten Sie an, weil Ihre Maschine sehr, sehr laut ist. Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Danke. Das ist von dem Auspuff? Ja, genau. Das sollte mich ja schwer wundern. Irgendwas scheint auch hier nicht zusammenzupassen. Fragt sich nur was. Alter, ja. Cut-System. Gut, sonst noch irgendwas umgebaut an der Maschine, was nicht eingetragen ist? Irgendwas? Das ist nur der Auspuff, der ausweist hier. Ja, ja, ja. Wie heißt denn das Harlem-Modell? 48. Ja. Gut, hier steht schon mal was von der Sportster XL 1200. Wie viel Copic hat die? 1200. 1200. Darf ich mir den Maus ziehen? Ja, bitte. Der Italiener hat gerade seine Schicht als Kellner beendet. Die Harley, der Höhepunkt seiner Motorradleidenschaft. Der erste Eindruck hat nicht getäuscht. Das Ergebnis, auf ohrenbetäubender Art, ziemlich verboten. Selbst der Besitzer wirkt geschockt. Du siehst sehr laut. Super laut, ja. 108 Dezibel klingeln die Ohren. 98. Aber wenn man fährt, ist es nicht so, wie man das hört? Doch. Wenn man hinter ihnen herfährt, ist es noch lauter als das. Ja, irgendwas stimmt nicht. Also sie dürfen 98 Dezibel haben und 108 hat die Maschine. Schon 10 Dezibel mehr wirken auf das Gehör wie eine Verdopplung der Lautstärke. Diese Harley ist so geräuschvoll wie eine Motorsäge. Was wir jetzt rausgefunden haben, dass diese Abgasanlage, das steht einmal hier drauf, haben wir auch im Internet nochmal recherchiert, erst ab oder nach Baujahr 2016 zulässig ist. Ihr Fahrzeug ist aber 2016 gebaut und zugelassen worden. Also die Ursache ist wahrscheinlich, dass diese Abgasanlage nicht zu dieser Maschine passt und nicht hier drauf gefahren werden darf. Ja, sonst haben wir jetzt technisch nichts sehen können, was verändert ist. Wo ich das gekauft habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Geräusch gehört, wirklich. Ich habe gesagt, oh, warte mal, mir gefällt die Laut. Ich habe mir ein bisschen zu laut, habe ich mir auch gedacht. Ja, ne? Und die haben gesagt, nein, nein, brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Die haben diese Ausweise, die sie mir gegeben haben. Und dann ist es zugelassen, kannst du ruhig fahren, ohne Probleme. Also es ist zugelassen von diesem Motorrad. Also okay. Naja, da wir keine Sachverständigen sind und es nicht hundertprozentig vor Ort klären können, wird die Maschine mit zu uns kommen. Wir stellen das Motorrad sicher. Sie dürfen uns hinterherfahren ins Präsidium. Da wird die Maschine abgestellt und dann im Gutachter vorgeführt. Damit endet die Heimfahrt auch in diesem Fall auf dem Hof der Polizei. Feierabend für Harley und Kellner. Jetzt geht's erstmal zu Fuß weiter. Wir bringen Sie da raus, dann gehen Sie einmal um die Ecke und sind direkt an der U-Bahn-Station. Dann können Sie zur Hauptwache fahren und von da aus nach Offenbach. Ja. Geht recht einfach eigentlich. Halleluja. Ich habe viel Arbeit, die Kleine. Was arbeiten Sie? In Gastronomie. Okay. 12 Stunden habe ich gearbeitet. Kenne ich. Kaputt. Kenne ich, ja. Dank seines sonnigen Gemüts scheint alles halb so schlimm. Und überhaupt, Bahnfahren ist ohnehin viel umweltfreundlicher. Gleich sehen Sie noch, Klimaschützer blockieren eine Straße. Der Kampf gegen das Auto. Ist ja scheißegal. Kommen wir da jetzt noch rechtzeitig hin oder nicht? Ist die Frage. Wir wollen nach Hause. Ganz einfach nach Hause.